Oh, Otto! Junge, das läuft doch! Das läuft gar nicht! Das ist so schlecht! Guck mal jetzt! Jetzt glaube ich, kann man das hier aufbauen! Here we go! Hallöche Leute! Wala von Ghoulis! Und willkommen zu einem neuen Video Clash Royale! Äh... Mit Stan! Genau, mit dem! Mit dem Stan! Mit dem Tomaten-Stan! Okay, und wir wollen heute in der letzten Folge angekündigt massig Goblin-Spielen, Freunde! Wir wollen richtig Aids verschleudern! Genau! Ich frag schon mal direkt an! Warte, da musst du schnell sein! Warte, ich geb doch hier so ein Goblin... Goblin, Goblin... Kobalt-Stadium, das ist doch perfekt, oder was? Ja! Du bist ready? Du hast das richtige Deck? Achso, warte, hab ich Testspiel gemacht? Ich bin nicht mehr sicher! Ich hab ja letztes Mal schon versagt! Also, ich hab das richtige Deck auf jeden Fall! Dann go! Und Testspiel! Komm! Bäm! Jawoll! Leute, so viele Kobolde wie es noch geht! Da wird selbst der Hulk neidisch! Oh, ich hab glatt vergessen, Junge, meine iPad-Halterung aufzubauen! Ja, kriegst du starke Oberarme! Was im schlimmsten Fall dazu führt... Halt das Ding einfach in der Luft! Dass ich sowas ja mache! Was? Ja, ja! Starke Oberarme, jo! Okay, Baby! Goblin Army, go, go! Aber die 2-Elektierphase ist das, was der Schizzle ist! Komm, kleinen Bitches! Oh, okay! Ich hab ein bisschen Schaden! Nicht zu unterschätzen! Aber jetzt wird's schon wieder kritisch, ja! Ich glaub, ich brauch sowas hier! Oh, der darf Goblin, alter! Den mag ich nach wie vor! Zack! Ich hab... Ich hab noch nicht so die Value, sag ich mal, gehabt! Ich und meine Gang, meine Gang! Okay! Ich hab dich hart gebankt! Ja! Bang, bang! Sag das nicht zu laut! Das ist nicht zu laut! Wie gesagt, da wird's halt selbst so hallkneidisch! So grün ist der Säck! Aber das Schöne ist immer die 2-Elektierphase! Da kommt einfach so viel Schild raus! Oh, man, alter! Leck mich am Zuckerli! Sag mal, bist du eigentlich nur grün in Tonnenohren? Ja, ich bin schon ziemlich grün, aber! Wenn man das so will! Ich hoffe, du wirst nicht grün vorneid! Oh, Baby! Oh, Leute! Wortspiele... Ich finde Wortspiele ja so sexy! Für die deepeste Wortspiele hier in Clash Royale! Welcher YouTuber serviert euch solche Wortwitze direkt auf das grüne Plakett? Oh, man! Und die Arena ist auch noch grün! Das gibt's nicht! Und da hat sogar Kohl in den Namen! Oh, jetzt... Jetzt ein Kampfolzer bei, Junge! Oh, ne? Das wär schön! Eieieieieiei! Come on! Oh, scheiße! Du hast doch ein bisschen mehr gespiegelt, sag ich mal! Yes! Yes! Ich sollte... Ah! Bitches! Bist du jetzt schon grün vorneid? Ich werd grün vorneid! Ich werd grün vorneid! Ja, aber jetzt geht die Action los! Ich glaub so ne... Ich glaub so ne dritte Hütte wär nicht so verkehrt, ne? Dann geh du mir weg mit deinen Hütten! Ich mach mal das hier! Wir sind hier nicht bei Minecraft, wir sind keine Hüttenbauer! So, was hast du denn dazu? Hm? Was du dazu sagst? Okay! Okay, sag ich dazu! So! Geh weg! Mit deinem AIDS! So! Sowas hier! Vielleicht auch sowas noch! Boom! Boom! Okay, Baby! Jetzt geht's los, Alter! Jetzt geht's los hier! Oh, verdammt! Warum werd ich so abgeholzt? Welche Bitches könnten mehr pushen? Das! Sag mal, wer ist! Kann man eigentlich den Klon zauber spiegeln? Sag mal! Na ja, kannst du! Ja, na ja, grandios! Oh nein! Ich hab da nichts gegen! Ja, kannst mal sehen! So fühlt es sich an! Kleiner Goblin! Hör auf! Shit! Äh! Oh, ich hab ja rechts noch nicht! Shit! Also wenn du mir jetzt so kommst denn, dann... Denn das, weißt du? So nicht! Dann nimm das hier! Oder was? Come on! Dart Gobolt! Danke! Ah! Yes! Ah! Zack! Zack! Dead! Dead! Oh! Oh! Jetzt kommt der mit den... Jetzt kommt der mit den Harten! Oh! Knapp! Nein! Oh! Okay! Nice! Wechselst du eigentlich deinen Klon wie deine Unterhosen? What the game? Ich bin immer noch da, wo ich bin! Also wo ich letztes Mal schon war! Also wo ich letztes Mal schon war! Nee, ich bin immer noch da, wo ich letztes Mal war! Okay, die Auslage bleibt! Wechselst dich! Wechselst dich! Die Auslage bleibt! Wechselst dich so selten wieder! Ach so, selten! Ähm, okay! Ja, dazu sag ich nix! So, komm! Testspiel! Hab nochmal kurz ne Chess auch gemacht! Das war doch nice, Leute! Oder? Ich muss Kink wegschmeißen! So! Come on! Ja! Ich komm nicht durch! Die Zuschauer sind schneller! Die sind greedy! Die sind greedy! Boah, jetzt werde ich hier hoch! Warte, ich komm nicht durch! Jetzt! Komm durch! Jetzt! Jetzt! Bist du da? Jawohl! Der ist wohl grüner hinter den Ohren als ich! Haha! Die grünen liegen nun auf meiner Seite! Okay! 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 Na gut! Na gut! Oh! Gleich stark! Dann war doch direkt mal hart! Hart hier reingegangen! Oder was? Kommst du mir nur so vor? Oder war das Kobold fast mal stärker? Ja! Oh man! Ich hab schon ganz schön Schaden gemacht, die ich gerade! Ich guck mir gerade so ein bisschen meine Körper an! Oh! Oh! Scheiße! Jetzt! Nein! Nein! Lass mich da! Ach du grüne Neune! Oh! Das ging jetzt ein bisschen schneller so insgesamt! Ja! Was ist los? Mal sagen, hast du dich verkalkuliert! Das! Ja, jetzt hieß es, wenn wir gleich alles raushauen! Oh! Der perfekte Predikt! Nice! Keine einzige der Weg! Den hier! Öp! Räumt ihr die ab? Ja! Ich bin ja noch echten grüne Ton-Ohren, was den Sperrkobold angeht! Äh! Die Dart-Gob... Wie heißt er denn? Dart-Goblin, nicht? Ja! Blowjob nämlich! Wie? Blowjob-Goblin! Warte mal warum! Warum? Er hat sehr viele Digeridoos! Verstehe! Du weißt, was ich mit Digeridoos meine! Ja, ja! Fängt auch mit dir an! Großes, großes Digeridoo! Ja! Ja! Jahrelanges Digeridoos! Mit Kaugummi! Mit Kaugummi! Mit Kaugummi, Leute! Mit meinem anderen YouTuber, Bado, habe ich ja theorisiert, ob das weiblich oder männlich ist, weil so viel Digeridoos Training kann kein männlicher... Och! Digeridoo! 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 Sag mal dreimal hintereinander, Digeridoo! Digeridoo! Schnelldie organic! Digeridoo! 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 Oder was? Boah! Ein bisschen, ne? Digeridoo! Ich setze einfach Karten aus, hauptsache viel. Ja, ja. Okay, okay. So, eine Minute. Jetzt wird's knackig. Eine steht noch, eine steht noch. Jetzt wird's knackig. Lass mein Turm in Ruhe. 17 HP, Junge. Jawoll. Was kommt da für eine Masse an? Wo kommt die überhaupt her? Warum hast du so viel Damage gemacht mit einem einzigen Push? Aber ich frag mich auch, Junge. Ich frag mich auch. Dead. Dead. Oh no. Dead, jere, do. Dead, jere, do. Ah, ich brauch... Ah, scheiße, der Wundware. Oh, okay, ich hab einen zweiten Goblin erschaffen. Oh, Mann. Nicht so geil. Einen zweiten Goblin erschaffen, yeah. Ah, ich glaub, da mach ich... Ah, mit. Wo kommt der hin? Nach hinten, okay. Dead. Komm schon, den Goblins. So. Ende Goblins. Sieht durch, meine Freunde. Okay, ich glaub, wir gehen in Overtime. Wir sind schon in Overtime. Ah, nee. Nee, nee, noch nicht, oder? Nee, 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 nee. Alles Dandy. Oh, der Push, der Push, der Push. Warum, warum, warum? Der Push. Nein. Dopp, double blowjob, Leute. Was? Ich hab doch so viel gegengesetzt. Ach, crap. Doppel-Digeridoos. Oh, no, ey. Mein Tauberwort für heute, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, Hashtag-Digeridoos. Mal gucken, wie viele Leute das richtig schreiben. Okay, okay, Hashtag-Digeridoos. Stan und ich battle uns. Wer kriegt mehr Hashtag-Digeridoos in die Kommentare? Oh, Leute, Stanyana. Hashtag-Digeridoos. Mindestens 5000. Otto-Army. Hashtag-Digeridoos. Ich glaub, wir fügen das Wort am besten noch mal ein. Das ist recht schwierig zu schreiben. Ist mir egal, wie es geschieben wird. Hauptsache, viele. Okay. Freunde, Stanyana gegen Ottomanen. Hashtag-Digeridoos, ja? Ja. Es wäre schon peinlich, mit 170.000 Abonnenten weniger zu kriegen. Ja. Aber, ey. Die Ottomanen, ich vertraue euch, Freunde. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaub, ich sollte meiner Community mehr Snickers geben. Komm, direkt noch eins. Du solltest mehr Hashtag-Digeridoos verteilen, Jungs. Was denkst du, wie ich das die ganze Zeit mache? Wenn euch das Match gerade gefallen hat, dann bei mir unter die Kommentare Digi-Ridoos schreiben. Bei mir wollte ich sagen. Also, bei Otto Hashtag-Digeridoos. Hab ich nur gesagt, bei mir. Ich glaube, du musst mehr Digi-Ridoos an deine Community verteilen. Ja, aber ich hab schon Kaugummis im Angebot. Was wollt ihr mehr Leute? Digi-Ridoos oder? Ne, Digi-Ridoos wollt ihr haben. Digi-Ridoos. Digi-Ridoos. Also, ich würd's schon geil finden, so ein Digi-Ridoos von der Community zu kriegen. Ja, oder? Das Ding macht bestimmt Spaß. Ja, äh, das geht doch nichts über ein gutes altes Digi-Ridoos, sag ich mal. Oder was? Ja. Ich spreche dagegen. Ja, nix. Wenn du noch so ein Komi kriegst, kannst du noch trainieren, wie der Blatt-Dart-Kobold. Scheiße! Nein! Du Ei! Nice! Leave me! Digi-Ridoos! Leave me! Das Wort wiederholen wir jetzt, bevor du bist, dass niemand mehr hört. Digi-Ridoos! Okay, ich schluck das. Was? Ich hab... Das ist alles? Ich dachte, da kommt was. Ne, 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 das war alles. Aber da kommt nix. Manchmal muss den Mund nicht immer zu vollnehmen, verstehst du? Ich weiß, du bist da maßlos, aber... Ja, sei doch, wie der Blatt-Dart-Kobold. Ich weiß, du bist da maßlos, denn. Guck mal, wie viel... wie voll er den Mund voll nimmt. Du bist immer... Du willst immer den ganzen Mund vollnehmen. Weil ich's kann. Ah, nein, das geht mir so auf den Sack hier drüben. Ohne Witz. Deine Scheiße da. Chip, chip, chip. Geh jetzt nur Chip und Chip. Chip und Chip. Chip und Chip und Chip. Chip und Chip. Chip und Chip und Digi-Ridoos. Und Digi-Ridoos. Ich wollt's grad sagen, Junge. Chip und Chip und Digi-Ridoos. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, crap. Oh, crap. Ich glaub, das war's mir. Yes. Ah, schlecht geklont. Flop, flop, flop. Ah, Digi-Ridoos. Also, dieser Turm wär mehr ein Digi-Ridoos in die Kommentare wert. Ohne Scheiße. Wieso Digi-Ridoos nämlich? Oh, das wird ein krasses Metal. Ich hab irgendwie Angst zu verlieren gegen Otto. Das ist meine Community. Naja, Spaß. Fähr auf mich zu tun. Und Ottos Community bestimmt total engagiert. Yeah, Digi-Ridoos in die Kommentare. Bang, 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 bang. Oh, scheiße. Vercrapped. Ich hab kein Dings mehr. Wo sind sie alle? Yes. Oh, 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 oh. Holy Macro, ich hab nix. Vercrapped. Guck doch hier an, wie dieser Turm kaputt geht. Nein, oh mein Gott, Alter. Dieses ist so übel, Mann. So ne üble Scheiße hier. Ich war ein bisschen in der falschen Rotation, sag ich mal, was mein Klonzauber angeht. Stan. Was denn? Gib mir den Tower doch. Digi-Ridoos. Digi-Digi-Ridoos. Drei Klon. Oh, was sich da teilt, ey. Das ist so mies, Alter. Ohne Witz. Das ist so mies, wenn sich das teilt. Oh. Oh mein Gott. Das machst du jetzt hier nicht. Drei Kronen, Leute. Drei Klon. Das machst du nicht. Ja, nur fünf Sekunden. Oh, komm. Oh, dafür kriege ich ein Hashtag Digi-Ridoos, oder nicht? Kommt, Leute. Ein Digi-Ridoos zu feiern in meinen Kommentaren. Danianer Gegenwart, oh Mann. Das ging so super. Hast du Lust, eine kleine Weltrekordversuche aufzustellen? Einfach mal so viel Kobolde, wie es geht. Ja, ist gut. Dann, ähm... Ja gut, dann machen wir das. Bereiten wir das vor. Und sehen uns gleich wieder, oder? Ja. Alles klar. So, Leute. Ein kleiner Weltrekordversuch mit Otto Phantom. Nix Wildes, nix Ernstes. Wir haben jetzt weder geübt noch irgendwas vorbereitet. Wir versuchen einfach, so viel es geht, oder? So sieht's aus. Ja. Und du fängst schon gleich mit der Pumpe an. So sieht's aus. Und ich mache schnell die ersten Türme kaputt, damit ich einfach... Jawohl. So, komm. Ich mache selbiges auf anderer Seite. Genau. Einfach Riese raus und fertig. Insofern, jawohl. Hier kriegst du sogar beides. Ja. Da wollen wir mal hoffen, dass du mir nicht gleich einen Main Tower einreißt, oder? Ja, passt schon. So, da müssen wir hinkommen, ja. Siehst du? Okidoki. So, das ruft. Was ruft? So, können wir mich im Moment auch das hier. Ich bräuchte ein bisschen was. Dein Riese blockiert mich. Egal. Kann ich schon einen Grabstein setzen? Nee. Aber die Pumpen kannst du spiegeln. Nur so eine bei generierten Elix. Ja, okay. Ich habe nur da nix. Ich kann jetzt erstmal das hier machen. So. So. Wird nicht getroffen, ne? Okay, dann gehe ich jetzt mal auf deinen anderen Tower, gell? Genau. Okidoki. Easy peasy. Ich habe zwar nix. Easy peasy schniezy. Soll ich die Puppe jetzt auf der anderen Seite setzen, wo der Tower weg ist, oder? Ne. Versuch möglichst auf die Seite, die du schon hast. Na gut, ist jetzt hier schwierig. Du musst gleich die Kobbele seppen, ne? Ja, ich merke schon. Sonst machen wir die Puppe kaputt. Ja, das wird jetzt ja schwierig, natürlich. Ich setze einfach mal das. Ich chill mal ein bisschen. Okay, das passt. So, dann gehe ich mal auf deine andere Seite. Genau. So, da wo ich jetzt die Puppe gesetzt habe, dort machen wir auch die Pumpen. Alles klar. Rechts oben, ja? Also von dir aus links oben. Gut. Ich muss nur noch deinen Turm kaputt machen, das schaffe ich aber. Ja, das solltest du doch hinkriegen. Das heißt, hier sind meine Sammler jetzt auch auf der Seite. Ja. Auf der Gegend, äh, auf meiner Linken quasi. Ja. Gut. Aber dein Turm ist da. Wenn ich deine Viecher da noch wegkriege. So. So, nice. Na, der kriegt den Turm nicht, oder was? What? Dann kriegst du doch einen Riesen. Wöpp. Das sollte ja bereichen. Ich hab eine EcoFlow. Hast du einen EcoFlow? Oh, der Riese war ein bisschen heavy. Den krieg ich nicht kaputt. Oh, scheiße. Doch, krieg ich schon kaputt. Aber du musst gleich die EcoFlow. Die EcoFlow kaputt. Wenn die fertig sind. Jetzt ist sie kaputt. So, jetzt musst du pumpen. Pumpen, pumpen, pumpen. Äh. Geh los. Ich warte auf den Spiegel. So. 60 Sekunden, okay. Pumpen, pumpen. Pumpen, 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 pumpen. Das. Pump die, pump die Scheiße aus dem Spiel. Ich pumpe die Scheiße aus dem Spiel. Wie im Fitnessstudio. Wie mit deiner Freundin. Lass mein Dings stehen. Könnte das? Mach die kaputt. Ja, Mann. Aha. Gut. So. Gut. Das passt. Das passt. Das passt. Okay. So langsam können wir schon drüber nachdenken. Also ich hab auf jeden Fall ne gute Eco. Ja. Ich hab 5. Ist okay. So. So. Also zu meiner rechten, ja. Äh, linken. Nicht da, wo die Pumpen stehen. Ah ja. Alles klar. Gut. Ich kenn deine Links besser als du. Da fang ich mal mit Grabstein an, okay? Ja, fang mit Grabstein an. Gut. Feuer. Do it. Los geht's. Falsche Seite, Mann. Was? Ich decke jetzt auf meiner Grabsteinseite. Linke Seite. Nicht da, wo die Pumpen sind. Ach, nicht da, wo die Pumpen sind. Ja, jetzt kriegen wir noch hin. Kein Problem. Das war super. So. Easy peasy. Guck mal, jetzt machen die das da kaputt. Genau das passiert da. Ja. So. Also Grabsteine auf der Seite, wo keine Pumpen sind, ey? Ja. Okay, Feuer. Bitte. Bitte schnell. Feuer. Feuer. Ja. Fang an. Spiegel. Spiegel die Scheiße. Spiegel. Ich spiel doch. Mehr Grabstein. Ja, ich kann hier nicht. Kann mit solchen Leuten nicht arbeiten. Ich hab keine. Wo ist der Riese? Ich hab doch keine. Da ist er doch. Rotieren. Sepp. Raus. Alles los. Ist er doch. Doch. Nein. Das klappt nicht. Dude. Komm schon. This is not working. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Riese. Wieso sind da schon wieder Skelette und machen meine Pumpen kaputt? Jetzt hau die Scheiße da weg. Oh, Otto. Junge, das läuft doch. Das läuft gar nicht. Das ist so schlecht. Guck mal jetzt. Jetzt, glaube ich, kann man das hier aufbauen. Ich hab meine Pumpen verloren. Was? Du Noob. Ja, warum? Ich verteidige den hier. Jetzt sind wir, glaube ich. Ich glaube, jetzt sind wir hier im Flow. Glaub ich sagen. Das ist nicht so Flow. Jetzt sind wir hier im Flow. Jetzt sind wir im Flow. Oder was? Sind wir jetzt hier im Flow? Oh, Mann. Ich bin so schlecht in so was. Ich mach immer einen Fehler, ey. Aber es war witzig. Das war sehr effektiv, Leute. War das locker 400? Ich würde mal sagen, locker 400. Ich hab nicht gezählt, aber meine Mathe-Kennung ist reichen. Hashtag Didgeridoo an dieser Stelle, ja? Hashtag Didgeridoo, Leute, in die Kommentare. Ich will, dass die Sanjana gewinnen. 5000 Kommentare. Sehr gut, ey. Die Koordination stimmt, sag ich mal. Das Teamplay ist on point. Hashtag Didgeridoo. Schaut auf jeden Fall mal bei Otto vorbei. Freunden. Interessiert. Und unbedingt. Leute, hat Spaß gemacht. Stan hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ja, wir sehen uns wieder, oder? In einem anderen Video. Sehen wir auch. Hashtag Didgeridoo Otto Army. Und ansonsten, Freunde, macht's gut. Vor allem, dass du hier das und du bist bald. Flosse. Flop.